Spielerei im Auto Er hat einmal zum Auto gehört wie das Lenkrad und die Hupe. Doch nachdem der Schaltknopf in den letzten Jahren immer öfter dem Automatik-Wählhebel weichen musste, sind jetzt auch dessen Tage gezählt. Zum Abschied drehen die Designer noch einmal richtig auf. In den Kindertagen des Automobils war der Schaltknüppel noch gar nicht so richtig an Bord. Zwar gab es schon früh Getriebe. Doch wer etwa beim Mercedes Simplex von 1902 die Gänge wechseln wollte, musste dafür in ein Gelege und Gestänge greifen, das von außen am Wagen angeschlagen war. Zu groß waren die Komponenten und zu aufwendig die Mechanik, als das alles ins Fahrzeug gepasst hätte, sagt Michael Plagg aus dem Mercedes-Benz Classic Center in Fellbach bei Stuttgart. Je kleiner und einfacher die Technik wurde, desto leichter hat es der Schaltknüppel in den Innenraum geschafft und sich dort in den letzten 100 Jahren als unverzichtbares Bauteil etabliert. Nicht nur, weil es für die Funktion unabdenkbar war, sondern auch für die Psyche des Fahrers, sagt Luca Borgugno, der das desigen bei Automobilipin in Farina in Italien leitet. Genau wie das Lenkrad gäbe ihm der Griff zum Schaltknüppel auf das Gefühl, den Wagen oder zumindest den Motor unter Kontrolle zu haben. Und ganz nebenbei ist es eine ebenso bequeme wie coole Pose, wenn man darauf lässig die Hand ablegt. Doch diese Zeiten sind bald vorbei. Schaltknüppel Wer in der automobilen Uhrzeit die Gänge wechseln wollte, musste dafür beim Mercedes Simplex noch mit einer außen am Wagen angebrachten Schaltung hantieren. Quelle Denn der Schalthebel stirbt aus, sagt Alistar Willen, der das Interieur der Sichen bei Jaguar leitet. Schon seit Jahren wächst der Anteil der Automatikbetriebe. Und nun drängen auch noch die Elektroautos auf den Markt. Beide machen den klassischen Schalthebel überflüssig, hat Willen beobachtet. Das hat auch einen technischen Grund, sagt Bogegnor. Früher musste man sehr genau wissen, in welchem Gang man war, und wollte das mit einem Blick auf den Schaltknauf erkennen. Aber heute reicht es zu wissen, ob du in P, R, N oder D bist. Automatikgetriebe haben noch einen W-Hebel und bieten Designern damit eine Spielwiese, auf der Mann Stilblüten wie den intern Ladis H-Wergen nannten Shifter bei BMW oder einen drehbaren Würfel bei Volvo findet. Da sind manche ikonenhafte Gestaltungen entstanden, die für eine Marke so typisch sind wie der Stern auf der Haube oder die Niere im Grill, sagt Bogegnor. Doch bei Elektroautos ist selbst das nicht mehr nötig. Schon bei ihren Automatikgetrieben setzen viele Hersteller auf möglichst kleine, geschickt versteckte Lösungen. Nicht umsonst schiebt sich bei Jaguar und Land Rover ein Drehrad für die Gangwahl aus dem Mitteltunnel. Und bei Mercedes ist der Schalthebel mittlerweile so klein wie der des Blinkers und ebenfalls am Lenkrad angeschlagen. Und beim Elektroauto braucht man nur einen Knopf für Dewey Drive, R wie rückwärts und P wie parken, sagt Jaguar Mann Willen. Diese Knöpfe kann man überall einbauen und so erstens etwas Neues ausprobieren und zweitens Platz in der Mittelkonsule zum Beispiel für weitere Getränkehalter gewinnen, erläutert Willen. Er verweist auf den neuen E-Pace, im ersten Elektroauto von Jaguar gibt es dort, wo früher mal der Gangwahlhebel war, nur noch drei Taster und dafür eine induktive Ladeschale für das Smartphone. Schaltknöppel, Jaguars Elektroauto E-Pace hat gar keinen Knöppel mehr. Hier wählt man einfach per Knopfdruck die Fahrtrichtung aus. Quelle, Jaguar Land Rover schrägstrich Deutsche Presse Agentur schrägstrich DMN So sehr sich die Designer allerdings über die neuen Freiheiten freuen, nehmen sie nicht sang- und klanglos Abschied vom gewohnten Getriebewillhebel. Sondern als wollten sie das vielleicht letzte Mal noch einmal so richtig feiern, drehen sie gerade richtig auf. Bei BMW zum Beispiel wird es für den neuen Achter und die großen X-Modelle X5 und X7 erstmals einen Glasknauf geben, der auf dem Wählhebel der Automatik montiert ist. Kurz bevor er in einer der nächsten Generationen vielleicht ganz ausgemastert wird, gibt der Ganghebel so noch einmal buchstäblich das Glanzstück im Cockpit. Und dann wird es für den neuen Achter und den neuen Achter und den neuen Achter und den neuen Achter und den neuen Achter.